sieht schon lustig aus hier schon fertig und dann das baugerüst wobei es von hier aus aussieht als wäre es nicht gleich hoch aber hier ist schon ja gleich hoch naja perspektive das ist fertig das ist fertig jetzt wären die hier drüben noch aber der ist noch gar nicht fertig das ist irgendwie nur ein einziger der einfach nach oben gewachsen ist leute ok aber der hier war fertig ja genau der ist fertig so das ist der einzelne aber der hier ist fertig und das ist ein kleiner der ist auch fertig wir lassen das größte stehen dann kommen wir später zu dem wieder einfach hoch und bauen uns jetzt hier noch ein gerüst irgendwo hin sieht fast aus als würde ich zwei machen müssen ich mach doch versuch trotzdem mit einem sich hierhin baue ja ist zu hoch das war eins zu viel so funktioniert noch noch aber nur weil das noch nicht gewachsen ist außer es würde verwecken dann wäre würde es immer funktionieren ich glaube ich glaube ich habe jetzt so nichts mehr damit wir es alle da der wächst noch okay sieht gut aus der hier ist jetzt fertig und der hier ist auch fertig so die beiden können wir auch schon fertig machen super super so und der ist fertig geworden der da ich glaube ich glaube ich baue das einfach ab dann war das hier neu auf so klick 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 dann hätten wir das dann wäre es nur noch der hier der immer noch nicht fertig ist es ist jedes mal einer dabei leute der einfach nicht fertig wachsen möchte so komm wachse oder verwelke noch besser was entscheidest du dich weiter wachsen oder aufhören leben oder tod na komm entscheidet sich für leben und und tod hat sich für beides entschieden leute super Gut, dann haben wir, glaube ich, alles. Gehen wir wieder zurück. Gerade ausgegangen. Damit können wir wieder eine Zeit lang bauen, Leute. Das gefällt mir gut, dann doch nicht gut. Bei 64 kriegen wir 5 Reihen hin, Leute. Plus 4. Blöcke. Der ist richtig. Und das ist richtig. so der ist auch richtig ich finde das toll jetzt kommt dieser turm hier wird schon auch schon richtig groß der passt und das war es jetzt haben wieder kein das war ein ganzes stapel leute wir kommen schon nah ran finde ich gut mal sehen wie viele wir schon haben das sehen wir von hier leider nicht so gut von da drüben würden wir das gut sehen ja von hier 1 2 3 4 5 und machen gerade den sechsten das heißt wir haben gleich die hälfte geschafft leute also den sechsten das heißt den hier noch fertig und dann noch die den halben da dann haben wir die hälfte das heißt dann könnte eigentlich abziehen wie viel wie lange noch hier haben wir auch 1 2 3 4 5 6 dann der der halbe zweimal und dann 1 2 3 4 5 6 wunderbar noch nicht mal die hälfte das ist schade das ist äußerst äußerst schade 35 das waren von schon mehr naja das ist irgendwie das falsche gewesen so damit können wir dann zumindest abzählen also der hier wie gesagt noch fertig und dann den hier noch und dann sehen wir mal leute so also also der jetzt hier noch nicht der hier zählt 1 2 3 4 5 na komm genau genau naja so 1 2 3 4 5 das sind 5 dann haben wir hier 1 2 3 4 5 das heißt das sind 10 dann müssen da jetzt dann noch 3 sein dann haben wir 1 2 3 ja wunderbar wow das heißt wir haben genau die hälfte geschafft und müssen von da weg nochmal 13 machen Leute wir haben jetzt 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 sind das glaube ich nur das heißt ich müsste noch 4 platzieren also hier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 genau 10 11 12 13 so jetzt ist es gleich groß oder sollte es gleich groß sein das heißt wenn ich hier hier müsste das jetzt ungefähr ja ja gut kommt gut hin dann kann ich da ja schon mal zumindest wieder das hier hin machen und den und dann brauche ich jetzt wieder neue Treppen also die hälfte haben wir geschafft Leute wir wissen die eine hälfte sind zweieinhalb Stapel plus ich glaube 4 Blöcke waren es das heißt wir bräuchten jetzt nur noch zweieinhalb Stapel naja wir haben noch nicht mal einen halben fertig das ist sehr schade hätten hier noch einen halben übrig etwas mehr als einen halben naja warten wir mal auf 28 dann können wir das nämlich wieder ganz gerade umwandeln umbauen in Treppen so wir haben jetzt 45 sehr schön so 28 damit haben wir 2 ganze plus 4 so Sehr schön. Ja, zwei ganze plus diese vier hier. Ja, jetzt habe ich schon wieder keine Treppen mehr, Leute. Das wird einfach irgendwie nichts und die sind auch noch nicht fertig. Echt schade. Die brauchen halt leider auch sehr lange zum Wachsen. Aber unser Flaschenalz ist definitiv der Ofen. Aber wenn es der Ofen nicht wäre, dann wären es die Choruspflanzen. 13, uff. Na, ich hätte noch 8. Das heißt, eigentlich müsste ich jetzt wieder die Choruspflanzen machen. Aber da sind halt so viele noch nicht gewachsen. Egal. Machen wir sie, lassen wir uns Zeit. Hier rechts sehe ich gleich, dass ein kleiner geht. Was ist denn der jetzt denn? Da oben. Die kriegen wir auch hin. Mach keinen Blödsinn hier, Enderman. In Permß trochę. Da oben. Und dann... Da oben. Da oben. Hier unten. Da oben. Da oben.